Wir sitzen jetzt hier mit Robert Wolf, Künstlernamen RoBeat und RoBeat ist Europameister im Beatboxen. Man kennt ihn auch aus der TV-Show, aus dem Casting. Das Supertalent. Genau und er hat heute Abend hier in der DIVA-Arena eine Kostprobe seines Könnens gegeben, beziehungsweise er hat einen Workshop abgeliefert und hat hier Delmenhorst an das Beatboxen beigebracht. RoBeat, was hast du gemacht? Ja, ich habe heute die Grundlagen des Beatboxens erklärt, also zumindest meine Technik. Es gibt beim Beatboxen viele verschiedene Techniken. Übrigens, was ist überhaupt Beatbox? Beatboxen, das ist Musik mit dem Mund. Ich sage auch gerne Mundakrobatik dazu und ich hatte heute hier ein paar Teilnehmer, eine Handvoll Teilnehmern. Und genau, denen habe ich halt die Sounds erklärt, meine Technik mal gezeigt und ja, die haben jetzt alle was mitgenommen und ich denke, für die Zukunft werden die das auch hoffentlich ein paar Mal anwenden. Und benutzen. Waren auch ein paar Talente dabei? Hast du Leute gesehen, wo du dachtest, Mensch, die hätten es richtig gut drauf? Ja, absolut. Also da waren jetzt ein paar dabei, da dachte ich mir, wow, wenn die jetzt weiterüben, dann wird das richtig gut. Und genau. Aber Talent ist gut, hartes Training ist besser. Okay, also kann denn wirklich jeder Beatboxen oder muss man da irgendwas für mitbringen? Natürlich ist Musik, Musikgefühl, Taktgefühl, das ist natürlich, bringt natürlich was. Aber jeder, der das ABC sprechen kann, kann eigentlich auch Beatboxen, weil Beatboxen an sich, das ist ein Konsonantentraining, eine rhythmische Atemübung und mit ein bisschen Übung kriegt das jeder hin. Es ist nicht so wie Singen, dass man jetzt eine bestimmte Farbe oder so dafür braucht, weil es dann eigentlich nur, ja, man macht das mit der Lippe, mit der Zunge, mit dem Mund. Und genau, jeder, der sprechen kann, kann auch Beatbox sprechen. Ah ja, okay. Dann gib uns doch mal bitte eine kleine Kursprobe deines Könnens. Okay, ich habe hier mein Mikrofon und meine Box. Und dann machen wir mal ein bisschen. Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Und sehr entspannt vor allem. Entspannt? Ja, okay, ich bin ein bisschen verspannt am Rücken, aber sonst alles gut. Sehr schön. Und wer Robit nochmal sehen möchte, er kommt auch noch in den Comedy Club am Donnerstagabend, also schaut alle vorbei. Genau, beim Comedy Club tritt Robit auf. Oh yeah. Vielen Dank. Ja, bitte. Sehr gerne. Sehr schön. Viel Spaß. Hey, Leute, bis bald. Wir sehen uns. Oh yeah.